Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! So Freunde, 17. Mai. Wie gesagt, gestern auf Instagram angekündigt. Heute gehts nach Wissen. Der ist unser Jugendclub. Wir wohnen ja selber hier in der Gegend. Die Jungs können sogar noch tatsächlich was reißen, wenn die Dritter werden. Also geht noch um irgendwas hier. Wir gucken uns den Arloid an. Wie gesagt, ich kenne viele aus Wissen. Damals noch von der Jugend. Und ja, ich hab Bock. Ich dachte, du hast auch Bock. Das ist schon cool. So, wie sieht dieser Lachs hier aus? Eigentlich ein sehr cooles Stadion. Aber was natürlich noch besser ist, ist das hier. Hier wird gezaubert. Diese scheiß Grüne Hölle. Nennt man das? Das war immer überflutet damals. Damals, wenn es geregnet hat über den Sieg. Die Sieg fließt direkt da drüber. Und dann hat er direkt in dem Fluss da hinten Training gemacht. Mit der ersten Matthias Druck, Amando Kraus. Mit der 24 Max Kraus. Mit der Doppelpack? Da Sieg fließt! He trzebabeからия到了! He trzeba Ball! Eая hee hee! He he蛳! And that's a match. Und den Turns der Stade sind Harry Potter geworden... Letz goes 10cm! Auf gehts. Kadex Abus die Wegeep. Oh shit! Guter Abschluss. Ich habe schon vergessen, wie weit der Mann werfen kann. Wie weit er verschießen kann. Das ist schwerste. Ja. Schön abgelegt. Er hat sich aus dem Stil. Ja, zwei Jahre. Filling steht. Schade. Ja, immerhin. Elfmeter! Elfmeter! Das ist auf der Kamera raus, als wäre er irgendwo da. Weißt du? Nein, der war im Kreis. Ach, im Kreis. Wo war der im Kreis? Der war im 16er. Im Kreis. Und dann wird das hier das 1 zu 0. Auf Block. Auf Block. 1 zu 0, wir wissen, unterstreicht doch mal die Halbbilanz. Wie ist die? Wie ist das? Wir wissen, aktuell 42 zu 7. Ein Bilanz. Melden wir euch jetzt auch noch rein. Also, auf 2. Platz. Zuhause. Das ist echt krass, Freunde. Vielleicht werden wir hier auch wieder zu 0 spielen. Ich denke, die Bilanzkampf wird weiter ausgebaut werden. Das fliegt. Jetzt kommt wieder ein Freistoß. Wir wissen. Schaut euch an. Der Mann wirft weiter, als ich schießt. Wirklich. Und Sack. Grundlos. Wirklich. 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 Ein zu viel gemacht. Schade. Das war bis jetzt ein guter Angriff von den Gästen. Die schießen. Das war eine Halbchance. Halbchance. Gut, gut. Und jetzt kommt Leipzig. Wenn man da läuft, direkt quer. Ja gut, gut, gut. Alle drehen sich. Ich bin leidig. Kuss. Ich hab ihm so geschrieben. Oho, hat er getrunken. Die Schuhe sind ein bisschen rutsch. Der Ball hat ja getrunken. Also Männer wissen aktuell auf jeden Fall besser dran, oder? Die Heimbilanz spricht für sich. Die lassen hier nichts anbrennen und haben gute Chancen. Ich würde jetzt auf das 2-0 eher für Wissen spekulieren. Digga, hast du Auge gemacht, Digga, Hilfe. Ich hab Auge gemacht, ach du Scheiße. Hat der Mann Auge gemacht. Aber das kam ja auch sehr aus dem Nichts, ne? Digga, Hilfe hast du Auge gemacht. Scheiße. Hat der Mann aber auch super eingeschweißt. Also, war ein klasse Tor, muss man sagen. Ja, ich glaube. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So schnell geht's. 2-1. Vor 20 Stunden hab ich gesagt, das Spiel auf 2-0. Tja. Aber... Dann hast du halt einen Lucky Punch, dann ist das Momentum da und dann kriegst du direkt ein Zweiter, Alter. Boah. Ist halt... Schwierig. Ist trotzdem eine Rheinland-Liga, ne? Die Männer sind Dritter. Ich mein, die haben auch 75 Tore oder so die Saison schon geschossen. Also, dass die torgefährlich sind. Das ist außer Frage. Aber es ist ja der nächste Jin. Jetzt ist er an der anderen Seite, Freunde. Aha. Nein! Nein! Wäre das cool gewesen. Ey, Felix, jetzt schon zweite Chance mit der einen Volley, den er hätte nehmen können, der auch zu krass gewesen ist. Beatschen. Halt mal kurz. Alle zur Laufendenunci. Alle zur Laufendenunci. Sehr gut. Sie sind gesellrascht und gzw. In der Wielden kommen jetzt zum Schlag. Alles war sehr hart. Wie schon mal nicht. Mönch der bloß. Das ist schön, Steven. Ein bisschen zu locker, ein bisschen zu letztlich. Steven? Ja, Junge, sauber. So Männer, Zwischenstand 2-1 gegen die Hauptzeit. Nachdem du das Spiel über Norbert, 1-0-4-Gang bist. Erstens 28 Minuten, ich sage ein bisschen besser. Danach für den Rest eigentlich so. Hochwald, ja klar, ne. Ein Lack-Fansch, danach drei. Zwei Stellen und eins. Ich meine, die Nummer 30 von Hochwald, die hat auch einfach die Qualität nach vorne auch. Aber es geht weiter. Wie gesagt, es ist nur ein Tor, es ist nur ein Tor. Weil ich ja gesehen habe, dass ich da überdrehen kann. Es sind auch schon 40 Minuten. Wäre echt nice. Wow. Und jetzt machen, Junge. Mach mal rein. Da musst du das schieben, weißt du mal? Zeig mal, wie der Schiebus ist. Da musst du schieben. Ach so. Nein. Komm jetzt. Und den hält er einfach fest. Hallo, da kommt der durch. Ein Spiel! Ein Spiel! Das schaut echt wieder quatschig. Das gucken wir uns selber nochmal genauer an hier. Ein Spiel! Schade! Schade! Stark! Komm, gehen wir! Du hast doch noch mal. Das ist doch noch mal. Das ist doch noch mal. Das ist doch noch mal. Und noch nicht. Das ist doch noch mal. Ja, wie sieht das. Und jetzt für gute Frankreich. Das ist doch gefährlich. Wenn er da durchgeht. Das ist doch noch mal. Das ist doch noch mal. Du bist doch noch mal. was geht hier doch Juppie? wie ich schon mitbekommen habe vom Spieler von Wissen kann Cosmo Koblenz nicht aufsteigen ich weiß nicht warum Freunde aber die sind aktuell auf dem zweiten Platz das heißt wenn Wissen irgendwie noch schaffen würde auf den dritten zu kommen was noch möglich wäre dann wäre hier noch ein Aufstieg mit Relegation machbar dafür müsst ihr jetzt noch gewinnen aber die Bucht ist jetzt ist noch Zeit wir müssen halt das Spiel drehen ja Freunde wir sind gespannt was geht hier super gespielt wieder komm schon Platz überlegen also die Chancen existieren die steht ja gut schick mal jetzt dieses 2-2 schick mal die Klocke drauf und dran das 2-2 zu machen drauf und dran rewitz komp 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 ok Okay, okay, ooooh! Mein Gott, gezogen. Das Ding ist sicher nicht sehr wichtig. Eie, das Ding ist ober. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, der Ding! Was ist das Ding? Boah! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Das Ding ist ober im 3-1. Das Ding ist ober. Ein bisschen gut am Drücker gewesen. So unglücklich. Und jetzt mit dem 3-1 kurz vorm Ende. Das Spiel ist gelaufen. Das Spiel ist gelaufen. Lofi, mach irgendwas. Hallo? Freunde, ist es zu spät? Also, 3-2. Komm, vielleicht später. Weißt du, es ist zu spät? Was sagst du? Also, zeittechnisch ist es... Ich glaube, der feucht aber jetzt gleich schon ab. Komm, wir noch mal zurück. Sondern, dass meine Freunde wirklich eben beim 2-1 wissen, die ganze Zeit unglücklich. Dann fällt das 3-1, dann mach nur das 3-2. Das gibt's schon gut. Komm, wir noch mal zurück. Komm, wir noch mal zurück. Komm, wir noch zurück. Komm, wir noch zurück. Soll ich nicht machen was? Ja! Danke. Danke. Oho! Nein! 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 Oho! Nein! Oho! 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 Ja, ja, ja! Ey, das gibt's auch nicht! Was? Gibt ja da alles viel Zeit! Let's go, let's go! Ey! Mann, Freunde! Wir dachten, dass wir kein Kracher hier und dann... Der Mann hat so anders gekrämpft, aber... Oh, shit. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Nein! Nein! Du klatschst ihn an den Pfosten! Ey, was geht dir ab? Aber, Digga, hoffall zu, gar da. Ja! Yes! Schieb rein! Jetzt pfeift er ab! Nein, jetzt, nein, wieder hoch! Ach, zu! Oh, war es seine Schlussphase! Wahnsinn! 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 Leistung von beiden Mannschaften! Wir sind super zurückgekämpft! Die Männer sind so im Bruch! So, Freunde! Ich hoffe, man sieht uns noch ein bisschen. Wir sind jetzt raus aus dem Stadion. Freunde, wir reden immer noch über das Spiel. Also, die Endschussphase war ja komplett gestört. 3-1! Die hatten schon ein bisschen losgelassen. 3-2! Torwart macht noch fast das 3-3! Dann noch das 3-3! Und dann noch der Pfosten! Der allerletzte Schuss gegen Pfosten! Beide Mannschaften super performen! Wir sind am Anfang auch unglücklich gewesen! Hat dann aber doch das 3-3 erkämpft! Freunde, wie gesagt, wieder ein Kracherspiel! Wenn euch das Video gefallen hat, checkt uns gerne auch! Auf Instagram aus! Lasst ein Follow da, lasst ein Abo da! Ja! Wir sehen uns wieder im nächsten Video! Okay!